Hallo, ich bin die Dani und heute gibt es ein XXL Arvon Beauty Haul. Wenn du wissen möchtest, was ich eingekauft habe bei Arvon, dann bleib doch einfach dran. Ich habe also richtig zugeschlagen, weil Arvon einfach ganz ganz tolle Angebote hatte, tolle super Schnäppchen Angebote und da konnte ich einfach nicht nein sagen und ich habe die Chance benutzt. Bei Arvon ist es so, dass man bestimmte Sets zum Beispiel günstiger bekommt oder dass man, wenn man ein Produkt kauft, dass man ein zweites Produkt nochmal viel günstiger dazu bekommt. Manchmal sind auch Gratis-Produkte dabei und das Ganze habe ich dann natürlich ausgenutzt. Es gibt jeden Monat eine neue Kampagne und das war jetzt Kampagne, ich glaube, 13, genau, Kampagne 13. Und ja, jetzt werde ich euch einfach mal zeigen, was für Geschenke ich dabei hatte oder ergattern konnte und ja, was ich da so alles gekauft habe. Warum ich so viel gekauft habe, der Grund ist auch, weil ich Produkte einfach austesten möchte und ich möchte sie auch weiterempfehlen und von daher muss ich natürlich auch wissen, ob die funktionieren, ob die gut sind oder ob man die überhaupt weiterempfehlen kann. Und alle weiteren Infos findest du unten in der Infobox. Und ja, wir legen jetzt einfach mal los mit dem Einkauf. Man hat die Möglichkeit, bei Arbon ganz normal zu bestellen oder man meldet sich kostenlos als Beraterin an und ich bin ja im Grunde genommen nichts anderes als eine Beraterin. Egal in welchem Video ich einen Produkttest mache, egal von welcher Firma, bin ich doch eine Beraterin und berate quasi meine Zuschauer, ob sie das Produkt kaufen sollten oder ob ich das eher davon abraten muss. Und genau so habe ich mir gedacht, melde ich mich einfach kostenlos als Beraterin an und bekomme dadurch einfach Vergünstigungen bzw. auch Geschenke. Und zwar geht es halt um diese Kampagne. Das war die letzte Kampagne. Das ist quasi der Katalog, den man bekommt. Und in diesem Katalog findet man sehr, sehr schöne, soll ich sagen, ja, die sind einfach vollgepackt mit Superschnäppchen. Und der Vorteil ist, wenn man einen Katalog in den Händen hält, dass bei vielen Parfums so ein Duft hinterlegt ist auf dem Papier. Wie sie das machen, weiß ich nicht. Aber wenn man halt drüber reibt, dann kommt einem der Duft entgegen und man weiß, wie die Parfums schmecken. Schmecken? Riechen? Zum Beispiel hier, das war die letzte Kampagne. Und da war von dem Night Orchid eine Fläche, wo man einfach drüber geht und dann dran schnuppern kann. Am Finger oder eben auch hier. Und das finde ich super praktisch. Starten wir jetzt einfach mal mit dem Geschenk, was ich mir geschnappt habe. Und zwar ist das Far Away Webroom. Und da sind 50 oder 100 Milliliter. Mal gucken, wie viele Milliliter. 50 Milliliter sind da drin. Ja, 100 wäre, glaube ich, ein bisschen zu groß. Aber genau, ich bin gespannt, wie das duften wird. Da freue ich mich sehr, dass ich das ergattern konnte. Dann haben wir hier einen Duft, und zwar Persiv nennt sich das. Da ist Fresil drin, Birne, Moschus und da sind auch 50 Milliliter drin. Und ich habe hier in dem Katalog eine Fläche, wo ich dran schnuppern kann. Und wie riecht das? Mal gucken. Es riecht sehr frisch. Es riecht sehr süß. Schade. Der Duft ist nicht mehr so intensiv, weil ich so oft dran geschnuppert habe. Dran gerochen habe. Ja. Es ist eher ein frischer Duft mit einer süßen Note drin. Und das nächste, was ich mir ergattet habe, ist Lakinin. Auch 50 Milliliter sind drin. Und mal gucken, ob ich hier eine Duftprobe finden kann. Und zwar haben wir das hier im Katalog drin von der letzten Kampagne oder von der aktuellen, von der aktuellen Kampagne. Und zwar kann man da hier düfteln und, oh mein Gott, es riecht richtig toll. Also es riecht aber sehr süßlich. Und ist eher für die Abend hingedacht. Ja, also es riecht wirklich sehr, sehr schön. Das Parfum Lucky Me habe ich im Set gekauft. Und dazu gehört auch eine Body Lotion. Und dazu gehört auch ein Taschenspray. Also quasi statt 50 Milliliter sind hier 10 Milliliter drin. Und dann kann ich gut unterwegs mitnehmen. Dann habe ich hier noch mir Timeless geholt. Das hörte sich auf der Beschreibung oder in der Beschreibung sehr, sehr schön an. Sehr natürlich, sehr zeitlos, wie der Name schon sagt. Und auch für den Alltag, denke ich mal, sehr gut geeignet. Ich habe mir ein großes Set gekauft von den verschiedenen Gesichtspflegesets. Einmal Tagespflege und Nachtpflege. Und zwar kann man zum Beispiel im Katalog nachlesen. Oder halt eben im Internet oder bei der Beraterin, für welches Alter diese Pflege geeignet ist. Einmal 40 plus, 50 plus, 60 plus. Natürlich hat Avon auch andere Pflegeserien für zum Beispiel jüngere Mädels. Ja, deren Haut noch ganz gut aussieht. Aber genau, ich habe mir die besorgt, weil ich mir die einfach mal näher anschauen wollte. Und ich wollte sie sowieso meiner Mutter zeigen, weil sie noch nach einer passenden Pflegecreme sucht. Starten wir einfach mal mit der Reihe Tages- und Nachtpflege von Anew. So heißt die Reihe von Avon. Und zwar mit Lichtschutzfaktor 20. Einmal die Platinum Lifting Cream. Für, ja, einmal die Tagespflege und dann einmal die Nachtpflege. Dann habe ich noch im Set gehabt, einmal die Tages- und Nachtpflege. Und zwar Reversalist Perfecting Cream Lichtschutzfaktor 25. Ich finde es sehr gut, dass die Pflegecremes, aber auch die Make-ups von Avon ein Lichtschutzfaktor an sich haben. Dann gibt es hier einmal von Anew Even Texture and Tone with Surfacing Peel Pads. Das sind halt so reinigende Peeling Pads, meine ich. Und dann einmal Dark Circle Corrector Dual Eye Cream oder Eye System. Ja, das, da bin ich mal gespannt drauf. Das sind zwei Seiten oder zwei Fächer. Und irgendwie muss man die dann, keine Ahnung, kombinieren. Ich weiß nicht. Da muss ich mich noch näher beschäftigen mit. Dann habe ich hier noch die Ultimate Day Firming Cream. Auch mit Lichtschutzfaktor 25. Und dann habe ich die Ultimate Night Cream. Was ich mir einmal doppelt geholt habe, das war einfach aus dem Grund, weil das eine in diesem großen Set mit drin war. Und da habe ich jetzt nicht gesehen, dass die mit dabei ist. Auf jeden Fall ist das ebenfalls so ein Augenlifting-System. Und man soll schon, wenn man diese Produkte anwendet, nach zwei Tagen schon die ersten Ergebnisse sehen. Das war ein Schnapper. Hat nur zwei Euro gekostet. Und zwar ist das aus der Care-Reihe. 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 Ja, das sind einmal Tagespflege und Nachtpflege. Das sind ganz neutrale Pflegecremes für alle Hauttypen. Also wenn man keine große Problemhaut hat, aber normale Haut, dann kann man die anwenden. Eine Reihe hat mich fasziniert, weil die mich sofort angesprochen hat, als ich die gesehen habe. Und zwar geht es um Pflege. Ich bin ein großer Fan der Body Butters, der Body Cremes von Rituals und von The Body Shop. Ja, also das sind richtig gute Pflegecremes. Und ich wollte jetzt einfach, also für den Körper, und ich wollte jetzt einfach mal austesten, ob die vergleichbar sind. Weil die sind natürlich etwas günstiger, wie alle Produkte von Aro. Und eine Qualität zum günstigen Preis. Genau, und zwar geht es um die Planet Spa-Reihe. Da habe ich mir vier verschiedene Body Cremes, ja, Body, Körper, Pflegecremes geholt. Einmal die Ayurveda Ritual Source and Balance Body Butter. Da ist auch Kokosnussmilch drin, unter anderem. Das riecht bestimmt richtig, richtig gut. Aber was noch besser riechen wird, glaube ich, ist die hier. Und zwar Treasures of the Desert. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Mit marokkanischem Arganöl. Dann habe ich hier noch Beauty Sleep. Da bin ich auch sehr gespannt. Das ist ein Lavendelduft. Und dazu noch Havenly Hydration. Das ist mit mediterranem Olivenöl. Dazu habe ich mir Massen gewohnt aus dieser Reihe. Und zwar auch einmal die Ayurveda Ritual. Dann habe ich hier noch Havenly Hydration. Dann Beauty Sleep. Und einmal Korean Car Coal. Zwei weitere Masken gehören zu dieser A-New-Pflege. Und zwar einmal die Lifting Silver Mask. Und einmal die Gold Mask. Das sind beides Peel-off-Masken. Und die eine ist fürs Lifting zuständig. Und die andere, denke ich mal, für Regeneration. Kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Auch da habe ich mich nicht lumpen lassen. Und mit den zwei Seiten Avon sich nicht lumpen lassen. Hat ganz tolle Sets angeboten, wo zum Beispiel ein Gratis-Produkt mit drin war. Und zwar ein Make-Up-Remover von Avon Shoe. Ja, ein Augen-Make-Up-Entferner. Und zwar ist das eine Lotion. Und ich bin gespannt, ob die in den Augen brennt. Ich wollte unbedingt mal den Primer von Avon ausprobieren. Und zwar den Shine & Oil Control Primer. Das werde ich, denke ich mal, in einem nächsten Produkt, das mit anwenden, wo ich ein Make-Up noch zusätzlich testen werde. Von Avon natürlich. Und diese Make-Ups habe ich mir geholt. Und zwar einmal das Lux. Avon Lux. Silken Foundation. Da habe ich schon eine Produkt-Review gemacht. Findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Die zweite, die ich testen möchte, das ist Powerstay 24 von Avon Shoe. Und dann Avon Shoe Color. Das ist, glaube ich, ein Make-Up, was sich den eigenen Hautton anpasst. Hoffe ich. Diese Puderperlen haben mich auch gecatcht. Da musste ich mir gleich zwei holen. Und zwar einmal den Bronzer-Puder. Eine Glow-Bronzing Purls. Und einmal Illuminating Face Purls. Zwei Mascaras. Mussten in mein Warenkörbchen hüpfen. Und einmal das Avon Unlimited. Und einmal Mark Big & Jaring Waterproof Volume. Bei Lidschatten konnte ich mich nicht entscheiden. Weil die hatten nicht so viel Auswahl, finde ich. Aber vielleicht ändert sich das. Eine Lidschatten-Palette, die geht raus. Die wollte ich mir jetzt nicht kaufen. Auch wenn es die noch gibt. Ja, und diese Lidschatten-Quads, die haben mich jetzt auch nicht so angesprochen. Deswegen wollte ich diese beiden hier ausprobieren. Das sind einmal flüssige Lidschatten. Oder flüssiger Lidschatten-Stift. In der Farbe Rain. Ne, Majestic Mulberry. Ist das die Farbe? Äh, ich muss mal gucken. Das ist wohl die Farbe. Majestic Mulberry. Und dann einmal den Cushion Shadow Liner. Ja, ähm, das ist auch, ähm, ihr kennt ja bestimmt, dieses Kissen, äh, diesen Kissen-Applikator. Da gibt es auch, ähm, Lippenstifte für, ähm, in der Form. Ja, und das ist dann, ähm, wahrscheinlich auch mit diesem Kissen ein Applikator für die Augen oder, ähm, eben für den Eyeliner. Machen wir weiter mit Cushion. Und zwar habe ich den auch mitgenommen. Das ist dieser, ähm, Lippenstift quasi mit, äh, Kissen-Applikator oben. Und, ähm, ich hatte schon mal einen gehabt von einer anderen Firma. Fand den super. Und deswegen wollte ich das hier gerne mal ausprobieren. Ähm, das kann man übrigens auch für die Wangen benutzen. Oh, jetzt kommen die Lippenprodukte. Ähm, ja, Lippenprodukte. Zwei habe ich schon getestet. Den dritten habe ich hier drauf. Ähm, den vierten und fünften muss ich noch testen. Und den sechsten auch. Also einmal die Lux-Lippenstifte. Auch dazu habe ich eine Review gedreht. Und sie findet ihr auch unten in der Infobox verlinkt. Dann einmal den, äh, Avon Loaded Lip Lacker. Das ist wohl ein langanhaltender, ähm, Lippenstift. Hoffe ich mal. Mit, ähm, Scheineffekt. Das ist auch sehr selten. Ich weiß nicht, ob da langanhaltend ist. Meistens sind Lippenstifte, die sehr langanhaltend sind, ähm, eher matt. Bin mal gespannt. Dann habe ich hier einen ganz normalen Lippenstift, ähm, weil mir die Farbe sehr gut gefallen hat. Das ist ein, äh, Mauve Ton. Ähm, und dann habe ich hier noch ein Liquid Lipstick. Und zwar nennt er sich, ähm, Cream Metallic. Aber ich finde Metallic Farben auch sehr, sehr schön. Da bin ich auch gespannt. Das Foto in dem Katalog sah richtig gut aus. Und was ich jetzt gerade drauf habe, das ist, ähm, ja, der Abendschuh Powerstay. Das ist auch ein Lippenstift, ein flüssiger Lippenstift. Ähm, aber der soll wirklich sehr lange halten. Und das teste ich gerade aus. Bisher hat er ziemlich gut gehalten. Aber ich habe noch ein paar Stunden vor mir. Genau, das sind die beiden, die ich mir bestellt habe. Und als letztes, ähm, habe ich hier ein Haarkissen. Oder ein Haarkamm. Nee, nicht Haarkamm. Ein Kissenkamm. Das ist quasi ein, ein Kissen, was man sich hinten unter die Haare einstecken kann. Und so bekommt man, wenn man sich zum Beispiel einen Zopf machen möchte und, äh, meine Kopfform ist, ist natürlich jetzt nicht so, so, äh, ja, ähm, ich finde meine Kopfform hinten sehr platt. Könnte ein bisschen mehr sein. Und deswegen, ähm, das hier. Und da steckt man sich einfach hier hinter die, ähm, hier rein. Irgendwo da oben wahrscheinlich. Und dann fallen die Haare drüber. Und wenn man sich dann noch einen Zopf macht, dann, ähm, hat man wahrscheinlich ein Mega-Volumen. Bin gespannt. Das war mein XXL Armon Beauty Haul. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonnier diesen Kanal, wenn du Lust dazu hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann.